Ein Projekt, das mich jetzt länger schon begleitet, ist die Auseinandersetzung mit Lagos. Ein Kameramann, der bei Demokratie die Show gearbeitet hat, hat mich eingeladen, damit hinzufahren. Und wir haben jetzt mittlerweile zwei Recherchereisen und eine Theaterproduktion absolviert in Lagos. Und der Plan wäre, sozusagen so ein Spieldoku zu entwickeln, ein Drehbuch, das jetzt mit der Pia Hirtzäcker, die ja auch in Demokratie die Show dabei ist, entwickelt wird. Und da sind wir gerade dran, jetzt einen Plot zu erstellen und den mit vielen Firmen zu diskutieren in Österreich. Es war ein ziemlich prägendes Erlebnis. Also ich glaube, für jeden Europäer wäre es mal gut oder heilsam, nach Afrika zu gehen und ein bisschen zu sehen, wie sich das Leben unterscheidet und welche Beziehung wir eigentlich haben als westliches, konsumierendes Land zu diesem Kontinent oder zu dem, jetzt in dem Fall zu Lagos, zu einer Boomtown, die einerseits europäische Verhaltensweisen oder Wirtschaftsweisen imitiert oder aufgreift und schneller noch entwickelt als hier und auf der anderen Seite aber Armut und Elend zugleich existieren. Und das stellt uns, die wir in den Wallfahrtsstaaten leben, vor gewisse Fragen einfach. Und man kann dann schon über seine eigene Position und über die eigenen Handys und die iPhones nachdenken, woher die kommen und welche Bedingungen notwendig sind, dass es die gibt. Sowas beschäftigt mich schon und da sind wir im Moment dabei, dieses Drehbuch zu entwickeln. Hollywood war eigentlich unser Anlassreiz, da hinzufahren. Die Independent Filmproduktion in Hollywood ist so groß wie Bollywood fast. Also es werden, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Filme im Jahr produziert, auf Video-CDs distributiert. Also manche schaffen es auch ins Kino, in so Einkaufszentren in Lagos, aber ganz wenige. Die meisten gehen über Video-CDs durch die Haushalte. Die Ursprungsgedanke kam, weil sich die VHS-Kassetten so schlecht verkauft haben, hat ein findiger Verkäufer Living in Bondage drauf kopiert, so einen Film dafür gemacht. Und die Kassetten haben sie total gut verkauft dann. Und mittlerweile ist es ein Alltagsphänomen, dass eben neben dem Fernsehen Filme auf Video-CD geschaut werden, mit DVD-Playern einfach. Und da gibt es auf Märkten einfach Tausende, die verkauft werden. Und die Produktion ist ganz rasant. Also die produzieren in 90 Minuten, die schnellsten in zwei Wochen. Das ist ein Team mit einem Bus unterwegs, fährt auf Location, dreht radikal. Manchmal ist das Resultat für unsere Wahrnehmung nicht so gut. Aber es ist in der narrativen Kultur, in dieser oralen Kultur von Afrika, wo es sehr stark um Erzählung geht und um ein wörtliches Ausdrücken, funktionieren diese Geschichten besser als die Hollywood-Filme. Also die Afrikaner selber schauen das, es gibt immer wieder Auskunft darüber, dass sie das gern schauen, weil es ihre Wahrnehmung und ihre Idee von Leben viel besser abbildet. Das Theaterstück, das wir gemacht haben, der Rupert Lehofer und der afrikanische Schauspieler im Dezember, hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Also was ist da? Das hieß Kissin' in Yoruba-Movies. Und da ging es darum, wie werden Küsse dargestellt, vordergründig bei uns, und wie werden Küsse in Nollywood-Filmen dargestellt generell und welche ethischen, politischen und sozialen Werte sind damit verbunden. Darüber ging dann dieses Theaterstück, das hoffentlich im Mai auch nach Europa kommt.